Jolo und damit willkommen zurück zu CloudOut und Flash. Wie ihr gehört habt ihr ist auch dabei der Affe. Ja, der ist immer dabei. Ja, weil wir... Ja, weil wir... Und du bist auch immer leider dabei. Ich wünschte mir manchmal... Es wäre jemand noch anders da. Was hast du gemacht? Hast du Deathnatch gemacht? Ja. Alles klar. Aber jetzt ist... Das war doch das Einsammeln, ne? Ja, aber ich will mal gucken. Ne, ich passe meine Waffen später an. Naja... Ich glaube... Wir müssen uns erwarten, dass wir das ganze Spiel wieder auswählen. Egal. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ist die Zeit abgelaufen. Mann, du Bengel, Alter. 5840 kost das. Flash-Shooter, wer ist das eigentlich? Was? Nix. Da stand nichts vor meinem Namen. Hallo, das hätte ich gelesen. Wer ist dieser heftige Flash-Shooter da eigentlich? Du Bengel, Alter. Ich bin dein König. In der Gruppe. Also... Sei still. Guck mal, da hat jemand deinen Avatar. Niemand ist schwarz hier. Warum bin ich der einzige Schwarze hier? Du wirst dein Avatar schwarz ist? Mhm. Sind das scheiß Deathnatch. Malakka! Ready all? Nein. Jetzt. Verdammt ey, in einer Gruppe. Mist. Wirst du schön die anderen Knarren auf dich zielen können. Sondern da ist der Steam Server zur Zeit gewartet. Ich habe ja hier die Vorne. Auf einer Seite. Und da stand das daneben. Ja. Steam hat gerade schon wieder abgedatet. Eh, bei mir sind die gerade nackig. Ja. Ääääh. oder scheppert nein ich geh drauf ich habe noch einen erledigt mit der granaten zum schluss hast du nicht aber gleich findest du mein laser weißt du dass das aufladen das macht so viel schaden der sammeln du mal auf du geier was auch mit uns nein tot da bist du auch ne erster die ganze zeit diese dinge einsammeln aber der springstiefel an hat na ich bin tot alter cheater na ich glaube für 5500 5800 diesen bengel da steht auch recht ich bin runter können den punkt nicht die bengel hier findest du warum ist denn hinter mir jetzt einer hier heißt ich bin tot alter ja weil die mehr zusammenlaufen als wir ja die hat nicht mehr viel alle hat er mit seinen springstiefel spottling ist gut als waffe hat er denn da geworfen er hat geladen mal locker hier granaten für euch blöden wichser ja alter ja dieser warm und hast du nicht gesehen sind beide fast kaputt die christian nicht weil jemand zusammenlaufen kann sich nicht auf einen konzentrieren ha ha voll erledigt boi weg hier weg hier weg hier sonst bin ich gleich tot medii 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 brauche ich ganz schnell medii ja nirgendwo liegt was rum ist klar aber mein schutzschild ist wieder aktiv schön stinkefinger zeigen hier ja oh genau vor mir so eine glotzgranate hingesetzt hier wieder ausgeglichen ja toll der hat mich noch voll erwischt die wichser arschloch echt naja ach mann dieser michael 55 der gibt mir ja voll auf eier ja wollte ich grad schon sniper nein kannst schon nicht wieder weil der volle füße hängt schon wieder der als ob der es nur auf mich abgesehen hat ja schön dass du den jetzt erst killst da unten kommt einer durch die brücke ich kam doch erst an oben 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 ja ja ach komm ey boah ich nehme mal tesla und erledigt sondern der cheater du glaubt das nächste nein das nächste nur alle dinger weg hätte ich schon schaden genommen das war das ja ja jetzt bin ich tot dahinten der steht da die ganze zeit und schießt von dahinten nichts für ich brauche leben ich hasse solche leute endlich schaden getan die andere beiden snipen und dieser wärme und michael 55 die laufen hier ganz halt nur um und halten uns auf trapp komme meiner egal ich bin hinter dir ja ich bin aber egal wo ich gebrannt habe oder lex gerade ein bisschen aber du leckst wirklich ja du leckst immer noch nein ist jetzt kein scherz erster aber nicht gewonnen das ist nicht lustig ich kann nichts dafür er ist nicht so schlimm wie optimus sonst aber es ist am legen gerade nicht dass sie den angriff haben auf den ts gerade keine ahnung ich höre dich ja richtig ist benjam spiel nee das kann ich dann ja dann ist irgendwas komisch bei dir gerade weiß ich doch nicht wie soll man im kurzen cut machen ja kurzer cut bis gleich leute